. 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 Ja, das sind jetzt Robby-Fahrer mit den Standard-Autos. Und Sie sehen schon, gruppenweise, wie die Geschwindigkeiten gefahren werden. Das ist das B-Finale. Sie haben sich qualifiziert für das Finale, in dem gestern und vorgestern Vorläufe waren. Jeweils in jeder Gruppe sechs Vorläufe, um dann entsprechend in das B- oder A-Finale zu kommen. Es gibt drei Gruppen. Wie gesagt, im Moment die Hobby-Klasse, Standard-Klasse und danach sehen Sie dann noch die Sport-Klasse und die Modify ganz schnell. Alle fahren drei Rennen. Jeweils sieben Minuten lang. Nur die Modify sparen nur fünf Minuten. Also das Rennen geht immer sieben Minuten. Und oben auf der Anzeige sehen Sie die Uhr, die rückwärts läuft. Jetzt noch sechs Minuten. 558. Und Sie sehen auch die Reihenfolge. Start Nummer eins ist die 06. Daesh planning. Daesh planning. Daesh café Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020